Heute spielen wir wieder Minecraft. Heute müssen wir am Hafen weiter bauen und ich bin noch ein bisschen Kies fahren gegangen und noch ein bisschen Blumen. Und ich denke, heute schaffen wir der Hafen fertig. Ich denke, zehn Blumen reichen. Ich habe nur zehn gefunden. Aber zehn reichen, glaube ich, und 36 Sand, noch 31 Kies reichen, glaube ich. Let's go. So, jetzt muss ich mal die Blumen vom weißen Farbstoff machen. Dann, ich kann 56 machen. Ich glaube, das reicht. Knapp. Ich denke, das reicht knapp, weil wir müssen da ja noch das machen hier. Da ist ja fertig. Da müssen wir hier noch fertig machen. Da hinten habe ich das noch fertig gemacht und da müssen wir noch Türen reinbauen. Aber ich habe, wir müssen da noch Eisen fahren gehen, weil, ja, das wird eine lange Folge. Das wird eine XXL-Folge. Nein. Wir müssen Eisen warm gehen und wir müssen den Hafen fertig bauen, zumindest fast fertig. So, jetzt müssen wir mal anfangen. Diese Folge wird sehr lange. Das wird eine XXXL-Folge. Okay. 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 Okay, wir müssen uns mal anfangen. Und jetzt muss ich das mal alles abbauen. Und dann können wir schon loslegen. So, jetzt müssen wir noch ein. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Wir müssen dann noch Eisen haben, nicht nur wegen den Türen, auch wegen Spitzhacke und so. Wir haben mal eine Höhle gefunden und dort hat es noch viel Eisen. Wir haben alles Eisen gefunden, aber wir sind ja nicht so weit in die Höhle gegangen. Und dort hat es dann sicher noch viel mehr Eisen. Ich habe ja noch eine Eisentür. Und da kann ich, ich brauche noch ein oder eins, zwei, drei, fünf Eisentüren. Weil eine habe ich ja noch. Und vielleicht brauche ich noch mehr als fünf Eisentüren. Weil vielleicht mache ich ja noch den Hafen noch größer. Aber ich glaube nicht, dass ich den Hafen noch größer mache. Dann mache ich ja hier noch einen Parkplatz. Und jetzt hier. Hier für, wenn man ja. Hier noch einen Parkplatz und hier. So, jetzt können wir weiterfahren. Und dann mache ich, hier ist ja schon ein großer Parkplatz einer. Und dann mache ich hier auch noch einen großen Parkplatz. Und dann habe ich hier noch einen großen Parkplatz gemacht. Ein Parkplatz. Ein Parkplatz. Zwei Parkplätze. Und dann noch ein dritter, grosser Parkplatz. Hier ist es. Oder? Ja, das ist so. Ist das gut? Eigentlich sind wir jetzt schon mit dem Hafen fertig. Aber. Ich muss ja das noch alles weg bauen. Aber das sind, eigentlich zählt das nicht zum Hafen. Der Hafen ist fertig. Die. Die. Ich muss dann noch die. Türen weiter bauen. Die Türen. Ähm. Hinbauen. Ich habe ja noch eine. Kann ich hier noch gar. Aber. Das können wir am nächsten Erfolg machen. Oder vielleicht auch diese Folge. Noch. Ähm. Noch die. Dreck. Bissen. So. 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 Bauen. Ich weiß nicht, was es gesagt. So. Tiefer bauen. Und jetzt baue ich noch hier einen Parkplatz. Und dann baue ich hier noch einen Parkplatz. Ich weiß nicht, ob ich zuerst hier einen Parkplatz mache. Und dann brauche ich kein weißes Bett mehr. Hm. Da kann man, kann man so. Ich muss das mal machen. ich weiß nicht. Mit nicht alle diese Fragen können. Ich muss jetzt noch die Margaretuf vom Gegen zum Glück fahren. Ich weiß nicht, wie schon's dein Parkplatz ist. kann man so arbeiten Av albumbum immer wieder. Ich muss da schildurer mit der, dass beim Audrey mal die currencies, ая lange manchmal viele dieánified handbooks Veterans. Du bist nicht wästen. Du bist du keine dicke Ahnung. Du bist dein코 Jabezer. Dum es man ja immer noch Motor. Was. die große macht der platz hier ich mache jetzt hier ich mache hier sowieso ist wie groß soll ich das machen ich mache die eins zwei drei vier dann ist es nicht so für ein großwort 1 2 3 oder ich mache es ich kann mir hier so das seil oder so rund um das ich glaube so ist es besser wenn ich das oder ich weiß nicht oder soll ich dann lassen sich das so bauen komm ich hier nicht zu uns Ich weiß nicht, ob das besser ist, als ähm, als jetzt ähm, ich baue, ich will eigentlich ein größeres, ein größerer Parkplatz bauen, weil dann kann man so, man hier nicht so auf das Boot, dann muss man so hier und dann, hm, ich weiß eben, ich glaube, es ist besser, rein, das eben nicht im Wasser macht, so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vielleicht fünf groß, so mache ich dann das, so, dann baue ich das, fünf groß, dann baue ich das, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann baue ich das hier. So, dann laue ich das, so, dann. So, hab ich mich eigentlich da rein? So, jetzt. Ich glaube, das ist gut so. Dann kann man hier noch, so, dann kann ich den Baum hier noch wegbauen. Dann kann man hier auch noch so einen kleinen Platz machen. So, jetzt kommt man zu dem. Ich habe jetzt auch so einen Weg hier gebaut. Aber, ich gehe zuerst mal schlafen, dann ist es wieder hell. Aber, ich will eigentlich so, dass genau gleich auch fünf groß, aber dann muss ich da noch... ...kriege ich das, eins, zwei, drei, vier, fünf... So ist das so. Dann habe ich da eins, zwei, drei. Hm, dann baue ich da, so, hier. So, dann baue ich jetzt... Da sind zwei im Wasser, oder? Eins, zwei... Ich habe hier auch zwei, ja. Nein, drei. Ja, auch zwei. Ja, dann baue ich da. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, das ist nicht gut so. Ich muss das auch hier drin bauen. So. 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 Das ist nichts... Das ist da. Das ist bisschen vorne. Bisschen mehr vorne. Ach, das ist blöd. Ach, ich weiß nicht, ob das so blöd ist. Hm. Wenn man so das hier anschaut, von da oben, es ist nicht so... Soll ich das lassen, so? Oder soll ich das... Ich muss eigentlich zuerst mal Wasser rein tun, weil das ist kein Wasser. Ich habe hier eine Kübel. Ich habe hier eine Kübel. Eimer, oder? Eimer. Ich habe hier keine Kübel. Eimer, oder? Eimer, oder? Aber wir müssen... Ich finde es nicht so... Binial, muss ich das noch weg bauen. Die Haufen haben ja nicht fertig gebaut. das noch nicht zuerst noch mal wasser da und ich will das so wie das so wieder soll ich das auch noch mit soll ich das auch noch mit dem holz bedecken der boden oder soll ich das da weiter da soll ich das hier so bauen das ist ja nur privat weg das hier komm ich mache das auch noch so dann ist es ich weiß in dem wasser 1 2 und so ja so jetzt ist es genau gleich jetzt wenn ich es ich sie ist was ist es ist es ist aber Jetzt ist es gut, Hore. Einfach dann müssen wir noch den Dreck hier wegbauen. Ah, hier ist sie auch. Jetzt müsste ich da jetzt noch Wasser reinbauen, ähm, reinmachen, weil es ist echt leer. Aber dazu brauche ich einen Eisen und ich habe nur noch einen Eisenbarn. Mit dem kann ich das nicht machen. Blöd, aber ich habe eigentlich den Hafen, aber ich bin ganz fertig, weil die Türen fehlen natürlich noch. Und jetzt muss ich noch... Bis zum nächsten Mal. Okay. Ich habe jetzt mal da alles abgebaut. Aber ich will so einen Weg bauen, wo man, wie hier das, das ist ein sehr schöner Weg gekommen. Da so. Und dann eins, zwei, drei. Drei groß, dann hier eins, zwei, drei, vier groß. Und man muss ja hier noch dran kommen, wenn man vielleicht so, ähm, nicht. Hier kann man auch eigentlich auch kleine Parkplätze machen lassen. Aber, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, so der Weg hier bauen. Ich weiß, was der Weg so, und dann baue ich hier alles weg, weil dann kann hier das Schiff, ein großes Schiff hinbauen. So, aber wir müssen, wir müssen eben jetzt der Weg hier, der Weg sind drei, oder? Habe ich am Anfang drei benutzt, oder? Habe ich jetzt? Habe ich jetzt? Drei. Dann... Dann sind drei, okay, dann gut. Dann habe ich noch filter, eh, Candy. Dann habe ich noch filter, eh, Candy. Okay. Schon wieder meine... Komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt kann ich wieder... Wenn ich noch Betten brauche, kann ich noch Betten machen. So, der Hafen ist sehr schön gekommen, aber ich muss noch den Weg ein... Wenn jetzt so ein Boot zu tief ist, dann kann es nicht so... Ich finde es ist eh schön, wenn... Ich muss noch eine... Soll ich gerade einen Eisenschaufel machen? Ich mache eine Steinschaufel. 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 Es ist auch noch einsch taka. Ich habe eine Steinschaufel. das drei groß gemacht so jetzt mache ich hier noch ein bisschen habe ich das vier groß gemacht vier blöcke fünf, zwei, drei, vier habe ich jetzt das ist nicht so ich habe alles abgebaut so 1 2 3 ok 1 2 3 eigentlich ist es egal wie groß und so tief und so eigentlich ist das Gras oder so bei Hefen oder Hafen bei Mandenhafen ist er auch nicht so manche tiefer manche höher nicht so ein und und jetzt habe ich aber hier 1 2 3 ok so dann hab ich hier den 1 2 3 dann kann ich 1 1 2 3 4 ich habe jetzt noch sehr viel viel sand habe ich eigentlich schon über 1 Rastec Sand habe ich 2 2 3 3 und 2 3 4 4 und feldachon noch ein bisschen so, so, der Hafen haben wir fertig gebaut, einfach ähm, ja, der Hafen so, wo man parkieren kann, haben wir fertig gebaut, und, ähm, einfach den, wir müssen noch ein bisschen tiefer machen, und hier müssen noch ein bisschen Wasser reinbauen, aber haben wir eigentlich, der Hafen haben wir eigentlich so weit fertig gebaut, und, ähm, das ist schon eine XSL-Folge gewesen. Das war schon eine XSL-Folge, und, ähm, in der ersten Folge müssen wir noch da alles tiefer bauen, und das denke ich, wir schaffen noch fertig, und wenn ihr das jetzt heute nicht so gefallen hat, wie ich, ähm, hier, ähm, tiefer gebaut habe, dann schreibt es in die Kommentare, und schreibt, ob ich soll nicht, ob ich nicht im Video soll das machen, und dann können wir, ähm, noch bisschen Eisen warm gehen, nächste Folge, und schreibt es in die Kommentare, ob ihr, ob ihr das wollt, dass ich da, nächste Folge, das tiefer baue, oder dann mache ich das einfach so, nicht im Video, nicht im Video, aber dann schreibt es in die Kommentare, und lasst ein Like und ein Abo da, und ja, aber, wir haben den Hafen fertig gebaut, und zwar in eine XSL-Folge. Aber, das war's uns im Video, und wenn's uns gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, und vielleicht schaffen wir ja noch die 1000 Abonnenten in diesem Jahr. Bevor das Jahr, endet die 1000 Abonnenten, das wär's nicht gut, dann lasst ein Abo da. Okay, tschüss, tschau!